Ich möchte mir über Schlank noch was erzählen. Man hat mir eine Frau zum Beispiel geschrieben, Pierre, du hast doch geschrieben in deinem Buch, Wünsche schlank hast du geschrieben, man soll ja so tun, als ob man bereits schlank wäre. Und da habe ich mir gedacht, ja klar, mache ich. Und man soll auch mal so Sachen anprobieren, die einem dann schon passen, wenn man schlank ist. Also habe ich gemacht. Ich bin also in ein großes Kaufhaus gegangen, wo es ganz viele Kleider gab und habe mir lauter Kleider rausgesucht, in die ich bald reinpassen werde. Unter anderem auch ein Bikini. Okay, also ich bin in die Umkleidekabine gegangen mit meinen Kleidern und als ich den Bikini anprobieren will, habe ich mich natürlich ausgezogen und war dann nackt. Und ihr Wunsch war, ich muss dazu sagen, was ihre Wunschformulierung war, war, nackt bin ich wunderbar anzusehen und jeder betrachtet mich gerne. Also diese junge Dame, ging in die Umkleidekabine, fing an sich auszuziehen und als sie dann die Bikini anziehen wollte, stand sie dann natürlich nackt in der Kabine. In dem Moment kam jemand vorbei, der ganz viele Kleider hatte und der blieb mit dem Kleiderhaken am Vorhang hängen. Und sie war für jedermann zu sehen. Nackt bin ich wundervoll anzusehen und jedermann betrachtet mich gerne. Applaus